Hallo, das sind liebe Leute und willkommen heute zurück zu Move or Die, das habe ich vor lange nicht mehr gesagt, die Begrüßung, ich habe vorher nicht mehr gesagt, hallo, ich bin der Flo, ich bin ein Twitch-Zeichen, hallo, okay, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Leute, heute spielen wir nämlich ein bisschen Move or Die mit den zwei, ja, nee, wir spielen alleine, Leute, ich nehme euch hier, ich habe doch nichts ausgewählt, oder, ihr seid doch hier, ne, ich muss ganz schön reden, jetzt geht's so lange, und das ist so, okay, so, es geht los, Leute, ich bin auf jeden Fall, oh lol, Flo, das ist so dumm, du hast immer in meinen Folgen so richtig dumme Skins, so richtig dumme, blöde Skins hast du immer bei mir, Flo, ich glaube, was soll ich nehmen, tödliche Berührung wahrscheinlich, gell, Flo, manchmal habe ich Angst vor mir selbst, weißt du das, Lars, manchmal habe ich Angst vor dir, jeder hat Angst vor mir, ey, bei Seelen, wir können jetzt, glaube ich, Spieler töten, oh, das ist jetzt Seelen, das hatten wir auch schon in der letzten Folge, wir können Spieler töten, indem wir tot sind, oh mein Gott, Oh, oh, ich komme nicht an die Seele da oben dran, ich komme auch nicht da oben an die Seele dran, Alter, geh mal bitte weg, ihr Toten, ich will die Seele, man kommt da oben nicht dran, ich komme da nicht dran, man kommt da echt nicht dran, doch, mit einem Teleporter Ja, aber wenn du tot bist, kriegst du keinen Teleporter. Ja, 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 ja. Ja! Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Ey, wir spielen auch gerade mit tödlicher Berührung. Ja, ey, deswegen, deswegen. Ich lebe wieder, ich lebe wieder, ich lebe wieder. Nein, deswegen, du kannst mich kennenlernen. Oh, lol, Alter, das ist so dumm, dass da die ganze Zeit... Oh, oh, oh. Oh, oh. Jetzt. Jetzt, ich bin wieder am Leben, ich bin wieder am Leben, Leute. Ich glaube, ich lebe. Ich bin am Schrauben die Dabenden. Oh, nein. Ich helfe mich jetzt, ich helfe mich jetzt einfach hier drüben. Ich habe meine eigene. Alles wird nicht töten. Okay, okay, okay. Ah, nein. Oh, nein, reingehau ich das. Ja, ich habe das, ich habe das. Oh, mein Gott, Roma, nice one, Alter, wirklich. Lassi, hasi, spaßig, danke, 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 danke. Wir spielen hier gegen Julia 0000005. Das ist sein Geburtsdatum. Das ist mein Ball, das ist mein Ball. Wow. Oh, nein, voll daneben. Oh, nein. Hä, was war das? Oh, nein. Oh, der kommt, der Basketballer. Oh, man gave me, gave me your Basketball. Alter, Flood. Gave me your Basketball. Laus Folge, I gave you my Basketball. Yes. Oh, nein. Ich weiß auch gar nicht, wer den Ball schießt. Ich habe nicht. Wer ist grün? Kommt schon, Mädels. Reißt euch am Riemen, Jungs. Reißt euch an den Haaren. Reißt euch an den Haaren. Reißt euch am Fuß. Reißt dich am Fuß. Reißt deinen Fuß zusammen. Ach doch, mein Fuß, krass. Hey, kann mal bitte jemand diesem grünen Twitch-Zeichen endlich mal den Ball wegnehmen? Das ist der, der, das ist der, das ist ne, bäh. Gell, die komischsten Skins, Jungs. Wollen wir nicht streamen auch, wusstest du das? Der Flood hat die komischsten Skins, das ist unglaublich, gell. Ich wusste, ob ich das Ding gibt. Flo, manchmal habe ich Angst vor mir selbst. Lars. Okay, finde ich da noch es ging. Ich habe verstörend. Tro, bitte lass mich, bitte lass mich. Der Flo muss gewinnen. Flo ist gewinnsüchtig. Roman, stell dir vor, was denkt sich Julian 0,0,0,0,5. Ja wirklich, Roman, ich muss meine Level 61, muss ich halben 5. Hey, du bist einfach Level 61, ey, und hast inzwischen schon über 600 Euro für das Spiel ausgegeben. Ey, das stimmt gar nicht, Roman. Ich habe die Spiel wieder drauf. Sparflugs. Ich, Sparflugs. Sparflugs. Ich liebe es, du rufst in die Welt zu setzen. Ja, das stimmt. Flo gibt monatlich 800 Euro für Move-On-Eis-Kinds aus. Der, 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 der stimmt gar nicht, Roman. Der, der stimmt gar nicht, Roman. Roman, das darf keiner wissen. Ja, und deswegen werde ich jetzt. Guck, da hat der Papa mal wieder ausgeräumt. Hört einfach, hört einfach auf, so Lügen zu erzählen. Wir sind doch Freunde. Wir wollen doch alle mit Freunden. Ich habe gehört, dass Lars ein drittes Bein am Po hat, aber der versteckt es. Im Po, im Po drin. Oh nein. Jetzt. Oh jawoll. Hä, wie hat Lars gewonnen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, mit seinem dritten Bein. Hä, warte mal, warte mal, hat Lars eigentlich schon irgendwann mit Gewonnen Move or Die? Ja, klar habe ich schon gewonnen. Das ist noch nie passiert. Das hast du echt Helden schon immer schon Lügenerzähler. Oh lol. Ich sage immer so Lügenerzähler. Sieh ich mir eine Szene niemals. Ach so, das tödliche Berührung immer noch. Oh nein. Brauchen wir einen Stimme bitte. Warte mal, lol, ich habe gerade ganz vergessen, dass ich Dings, dass ich eigentlich die Seelen wieder einsammeln kann. What the fisherino? Töte's Twitch. What the fishery do, meinst du? What the fishery do, Yoga? Yes, ich lebe wieder. What the fishery do? What the lachs? What the fishery do ist das Richtige? Nein. Ich komme da oben nicht dran. Ey, irgendjemand muss bitte sterben von euch. Oh man, frisst meinen Lachs bitte. What the fishery do? Oh oh. Jungs, das kann es nicht sein. Oh oh. Oh oh, Twitch hat. Das Spiel ist echt voll geil. Twitch hat beide, Twitch hat beide. Oh nein, ich bin tot wie Brot. Oh nein. Oh nein. Bitte stimmt einer von euch. Yes. Äh. Oh Flo. Hey, was sag ich hier, wenn die Zeit aus ist? Ja. Ich hab das. Das war's. What the fishery do. What the fishery do? What the lachs? Das neue T-Shirt ist am Start. What the fish? Und die nächste, die beste, die weiter hat mich vorst. What the fishery do? So, was wollen wir machen? Lass mal Licht aus, oder? Das stable ist... Ah, nein, das stable ist... Ah, nein, das stable ist... Romen langsam. Flo, du stinkst. Tut mir leid, das war nicht so gemeint, Flo. Mein Job war ruhig! Das ist so ein Tepp, Roman. Wisst ihr, manchmal hat Roman in dieser Phase denkt er zurück. Im Kindergarten. Und im Kindergarten hab ich immer geschrieben. Ja, 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 ja. Wisst ihr, wenn, wenn Pause war, ey. So, wenn Roman Pause hat. Ja, ja, ja. Das ist ein Gewinn. Ja, 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 ja. Ich hab endlich Pause. Ja. Oh, mein Gott, ey. Manchmal macht Roman das auch jetzt auch noch. Was ist heute für ein Tag? Freitag. Ja, ja, ja. Ey, wir nehmen sie gar nicht. Roman, wie machst du das? Nein. Ja, 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 ja. So, meinetwegen. Aber dann bin ich gerade gestorben. Nein, 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 nein. Mit Nein geht es nicht so gut. Ja. Okay. Oh, nein. Ey, ich hab keinen Plan, wo es Gold gibt. Hat jemand Gold? Roman, willst du dich etwas lustig machen, über Leute, die Ja sagen? Oh, da, Roman, du hast das Gold. Ja, ja, ja. Roman, willst du dich bladigen? Ich sag auch manchmal Ja. Echt? Ja, hast du was gegen Ja sagen? Hast du was gegen Leute, die Ja sagen, hä? Aber Roman ist voll rassistisch. Ja. Roman ist rassistisch Bäumen gegenüber. Ey, wo ist eigentlich mein... Ja, wirklich, du bist baumsistisch. Baumsistisch. Weißt du was, Roman? Weißt du, wie sich das anfühlt, hä? Ja, ich bin da. Wenn ich da bin, dann kannst du dich klauen. Mist. I sing so. Man kann nicht klauen, wenn man so spielt. Jetzt hab ich mir damit selbst ins Knie geschossen, mit dem, dass ich dunkel gemacht hab. Ja, Blau gewinnt. Ja, Blau gewinnt. Ja, Blau gewinnt. Ja, Blau gewinnt. Nein, Flo klaut die ganze Zeit mal. Ich hab zwei Punkte bekommen. Ich hab zwei Punkte bekommen. Was. Hehehe. Hasten ist so ein schlimmes Wort, meine Freunde. Haa! Oh, Leute. Haaah! Oh mein Gott, lass, hol dir die Kettensäge. Links, links, links. Säge, 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 Säge. Kannst du? Säge, 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 Säge. Säge, Säge. Säge, 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 Säge. Nein! 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 Das stimmt! Das hast du mal in der Folge gemacht. Lars, nicht springen, nicht springen. Du stirbst sonst. Ja gut, dass du springst, Lars. Und du bist tot. Warum? Du hast verdient zu sterben. Nein! Oh lol, ich hab Emojis. Wie geht das? Lars hat Emojis. Oh, Emojis von mir aus, Flo. Oh lol. Wir sind ja alle irgendwo dagegen laufen. Lars ist erster, Lars ist erster gewesen gerade beim Rennen. Was? Wie? Keiner gewinnt, keiner Angst. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich bin dumm. Oh lol, im Dunkeln Basketball spielen. Es gibt doch auch so eine amerikanische Disziplin, wo Leute einfach so im Dunkeln mit so Medizinbellen werfen. Kennt ihr das? Das hat man Jackass gemacht. Echt? Das mache ich hier im Freartag in der Schule. Das ist keine Disziplin, das haben wir einfach nur Jackass gemacht. Kannst du nissen? Doch, ich glaube schon. Mein Name ist John Knoxville. Und willkommen, Jackass. Mein Name ist John Knoxville. Ja! Stell vor, es gibt ne Fernsehsendung, die heißt einfach so. Ja 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 ja! Die Sendung, wo wir immer ja sagen. Alter, Robert. Ich hab nicht... Mann, das ist so dumm zu treffen. Alter. Schlimmer geht's nicht. Schlimmer geht's nicht. Roman, kannst du bitte leise sein? jetzt. Das wär echt nett, danke. Oh, oh. Oh, oh. What the fishery do? What the fishery do? Komm schon jetzt, du dummes Häufchen. Los. Dummes Häufchen. Lars, sprichst du doch so Leute in den Echtern. Ja. Halte sie, dummes Häufchen. Sie sind ein dummes Häufchen. Was haben wir jetzt? Doppelsprung, gell? Warum haben wir uns mal Häufchen genannt? Nein. Sie sind ein Häufchen. Oh Flo, geh weg mit deinem blöden Twitch-Ding da. Flo, du hast immer so richtig verstörendes Ding. Hallo, ich stream auf Twitch. Abonniert mich. Abonniert mich. Ich gewinne. Nicht. Alter, Flo, du bist so am Mungo-Dongo. Twitch.tv slash Mungo-Dongo. 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 So. Romo, du hast morgen schulfrei. Ja. Ja, 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 schulfrei. Alter, Romo, du hörst dich an wie so ein Ohrkindergartenkind. Hä? Ja, ja. Ich weiß noch, das ist ein Lutscher. Ja, ja, ich will den Lutscher. Oh, Mann. Du bist voll kindisch geworden. Stimmt gar nicht. Seitdem du Sachen mit Glas oder so machst. Oh. Oh, lebe ich wieder? Oh, doppel Seele. Oh, du stirbst. Yes. Oh nein. Back im Game, Leute. Oh nein. Ich bin back im Game. Oh, oh. Ich bin tot im Game. What the fishery do. What the fishery do. Nein, Flo, ich hasse dich. Jetzt stirbst du ja. Yes. Oh nein. Oh, das ist so. Das ist bockt richtig hart, Mann. Oh, oh. Ich hasse Seele. Oh nein. Nein, Flo, das gibt es doch gar nicht. Oh, Leute. Der letzte ist oben. Der letzte ist oben. Nein, ich sterbe. Du musst aber sterben. Oh, oh. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Nein. Oh mein Gott, du bist so schlecht. Oh mein Gott, Flo. Was? Du bist sogar noch gestorben, ey. Alter. Alter. Mein Hals tut so weh von euren Aufnahmen, dass ich nicht mehr schreien kann. Hör auf. Schrei einmal. Schrei einmal. Schrei einmal. Du hast morgen schulfrei. Ja. Ja, 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 ja. Roman, sag mal nochmal. Roman, was? Ich hab's nicht verstanden. Wie musst du sagen? Ja, 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 ja. Roman, was muss ich in deine Kommentare schreiben? Ja, ja, ja. Gefällt die Muforedie? Nein. Nein. Nice. Mann, irgendwie spielt mein Lack irgendwie gerade. Leute, mögt ihr die Folge? Doch die Leute geben schön einen dicken fetten Daumen nach unten Ein Daumen in die Mitte Oh nein Roman ist viel knapp Oh nein Roman hat abgezogen Oh Junge hast du ne dicke Truhe alter Aber Leute ich hole gleich auf Keine Sorge Lars hat erst seine Anlaufzeit Ja ich brauche immer erst ein bisschen was um heiß zu werden Oh der Lazyboy Ich brauche immer erst ein bisschen was um kalt zu werden Flo du wohnst ja auch in Österreich da ist es ganz üblich Wir kennen da sowas nicht Warmes Wasser gibt es nicht Da kommen Eiszapten aus dem Dings aus dem Wasser Oh nein ich bin gestorben Lass bei mir kommt Milch aus dem Wasserhahn Allem Dudler aus dem Wasserhahn Ja Alter ohne Spaß Das wäre die Erfindung des Jahrhunderts Ja definitiv Das wäre die Erfindung des Jahrhunderts Oh oh Der 360 ausgabt Der 360 Oh 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 Hab ich dich hab ich dich Ja Lazy hat schnelle Finger Das stimmt wohl What a schwibbididoo Ha Du 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 Huah Oh nein Hey ich hab dich grad eben von hinten abgesägt Flo Das stimmt gar nicht Schrabbidi derbidi Jetzt Flo Stirb Oh oh Roman Ja Nein Oh oh ich bin so langsam Ich bin so langsam Hä ich hab dich doch gesägt Schönes Degen alle abgesägt Oh Die Säge 9000 Roman äh Papa ist ein hinterhältiges Kältchen Ja man die Säge 9000 Roman äh Papa ist ein hinterhältiges Kältchen Ja Ich bin der Papa Ja Hardcore Heroes Oho viel Spaß Haha viel Spaß Achtung Achtung Äh Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott was voll die geile Taktik ist wenn du unten bist Hä Du 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 Ja Ja Alter was Ja ich hab gewonnen Ja man kann fliegen Stimmt das haben wir die ganze Zeit gemacht Roman lass mal gleich ne Runde fliegen Lass mal fliegen Oh nein Ja das ist schon Reißt euch jetzt mal im Riemen ohne zu fliegen Reißt euch mal am Fuß Flo Hör auf sowas zu sagen Das kannst du in deinen Videos sagen aber Füße stinken So wie du Tut mir leid das war nicht so gemeint Der ist grad weggerannt Ich gewinn Oh Flo Oh Wie hat er das so schnell gemacht Oh Roman Oh mein Oh Lars Nosferatu Nosferatu Jetzt Rennt dahin Jungs Mädels Lars was denkst du euch was für Leute denken ist alle erstmal ein Video von uns gucken Was denken eigentlich Leute die gedacht haben dass wir gedenkt haben dass wir gedacht haben Dass ich jeden Samstag auf Diät bin Dass ich jeden Samstag auf Diät bin Es gibt so ein Twitter Bild Dass Lars einfach auf jeden Sonntag auf Diät ist Ne jeden Samstag war das Jeden Samstag bist auf Diät wusste ich gar nicht Doch jeden Samstag heute auch wieder Ne gestern vorgestern Keine Ahnung man Echt Ich weiß ich war in einem Plan schrauben Oh 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 Der blaue Sand ab Der blaue Sand ab Bitte 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 Der blaue ist halt ab Nein Flo wir müssen aufhören damit Du bist so ein Trottel wie von mir die ganze Zeit deswegen Ich weiß nicht wer ich bin Ja manchmal weiß ich nicht wie ich bin Oh und mach das Twitch Zeichen kaputt Tötet es bevor es Eier legt Oh nein wer hat die aktiviert Ja nice Der blaue gewinnt Ja der ist tot Oh nein Oh guck mich an Ich bin mit dem gleich auf Flo gewinnt diese Runde sowieso wieder Junge Flo du bist so süchtig aus diesem Spiel Ha 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 Oh lau ich hab ganz vergessen das ist der Neeeeeein Törtchen ist aber auch schlecht gewesen Ey Lars was ist los mit dir? Keine Ahnung AHHHHH Oh mein Gott nein Oh mein Gott Ich bin in die Geschichte eingegangen Aber echt ey ich hätte es nie gedacht dass es möglich sein könnte Junge Das ist möglich Ich hab gedacht das ist bisher immer so ein Das ist ein Mythos gewesen Nein ihr seid zu deppen Ey ich hab nen Dunk gemacht Na Flo Ah ne das war ich Einen Dunk Hä das war ein Bound Ein Erntedunk Oh mein Dank Nein ich krieg den Ball nicht weil ich die ganze Zeit nach oben drücke Oh Dunk Dunk in your face Dank Schmank Warte Danke Ein fettes Dunk in your face In ihr Gesicht Ohhhh Schieß Nein Aber mir nimmt als einer den Ball ab Ballen mit dem Bands Ja Nein Oh Baby I'm ballen Das geht nicht irgendwie Mein Rücken hat grad so aua gemacht Still ballen Still ballen Oh jetzt ist das Twitch Logo Twitchery do Was? Achso Mach grad richtig Werbung für Twitch Knuddeln Hä? Das ist das Allerschlimmste Was überhaupt nur Knuddeln Oh ne und das mit Kettensäge Lars komm her komm her komm her Komm her Oh nein Oh ich hasse euch Äh was wird der geknuddelt Roman hast du mit Alter Roman Knuddeln schon wieder mit fremden Leuten Ohhhh Das kannst du doch nicht machen Ich bin bereit für ihr Abenteuer Leute ihr habt ihr gehört Roman ist offen für Abenteuer Oh nein So ein Schrott dieses Knuddeln Das ist so ein Müll Guck mal wie willst du bei Putztrupp knuddeln Ja Knuddeln ja Ey lass zueinander rennen Lars bleib bei mir Ja Knuddeln ja Ich bleib bei dir Ich bleib bei dir Ich bleib bei dir Oh mein Gott Flo bleib bei mir Knuddeln dich Flo Oh mein Gott Flo komm her Ok weiter gehts weiter gehts weiter gehts Schrubbdi Dabdi Puh Flo komm her komm her Lars komm komm Ok weiter gehts weiter gehts Schrubbdi Dabdi Dabdi Puh Schrubbdi Dabdi Dabdi SchrubbDab SchrubDab SchrubDab hat gewonnen Alter was ist los mit dir Roman wie fühlt sich das an bald von Lars die geholt werden Weiß ich nicht weil Lars die ganze Zeit mit dir kooperiert und nicht mit mir Oh mein Gott Wie soll ich dann auch mit dir kooperieren wenn du tot bist Oh Oh Knudelen Knudeln Knudden Oh mein Gott ich hab einfach so gewonnen Ich hab das voll vergessen dass wir knuddeln müssen Knuddeln Wie willst du bei schwere kugeln knuddeln Echo Das hat sich gerade so angehört, wie so, wenn du einen Fax verschickst, gell? Oh nein, Flo, warum gewinnst du immer? Warte, 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 ich hab einfach hier, ich hab, hier steht einfach Runden 1055, Siege 156, gell? Was steht bei mir? Jedenfalls, liebe Leute, wenn euch diese gesinnliche Runde gefallen hat, lasst auch auf jeden Fall die Hälfte und ich würde mal sagen, wir sehen uns mal beim nächsten Mal.